willkommen zurück zu einer neuen folge letzte player minecraft so wir machen jetzt hier endlich mal wieder weiter wie waren das habe ich das komplett gemacht hier auf jeden fall nicht wollte ich da einfach eine treppe anbauen stimmt das heißt wir brauchen jetzt wieder ein paar treppen so mache ich da schräg hoch noch einer an man weiß es nicht man muggelt noch punkt und stetten tippen 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 erst mal 12 ach so man hier haben wir es schon gemacht sieht das cooler aus ich glaube so und wenn wir schon mal hier sind und ich gerade diesen gedanken habe machen oder durch 1234 die ordner an die lücken da setzen so kommt jetzt schon die an die spur her jetzt kommt ihr an die spur und darauf haben wir die dinge klatscht tatsache granit fehlt jetzt natürlich schlau wie schlumpf granit granit ich komme haben wir hierzu würde ich noch irgendwo rum liegen eine suppe die kann man vernichten feiern immer mit und holen die gleich mal in die andere kiste granit nix hier überall diese hühner kann nie das eine politische granit und einsteck nehme ich mal noch so mit haben wir noch irgendwas zum ablegen gleich nicht so wirklich die würde ich gerne jetzt noch mitnehmen und gleich sitzen wollen die sonde geht ehlich unter dann passt das entzügt dann machen wir das noch fertig und könnt dann im knast pennen sehr gut nehmen wir noch eine mit ich glaube das war schon wieder zu viel ne eigentlich müssten wir hier oben auch ein geländerin hauen aber das lasse ich mal ich glaube ich glaube so und 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 so jetzt brauchen wir noch ein paar halbstufen machen wir fertig irgendwann brauchen bestimmt wieder welche das ist unser werter gerade frisch eingestellt da oben fehlen ja auch wackeln was für eine schlampige arbeit hier so jetzt könnte man das hier schon mal fertig machen zank genau der gleiche ich glaube hier können noch welches bonus ist wahrscheinlich tatsächlich hier zu dunkel überhaupt nicht übertrieben mit den spinnen ich frage mich auch ein bisschen wie das huhn jetzt eigentlich da reingekommen ist ach so macht sinn die breiten sich aber auch aus na verdammt das sieht schon cooler aus das machen wir gleich mal überall hier hätte ich auch gleich drauf kommen können das ist daher auch noch gemacht werden muss und wenn wir schon mal dabei sind das bett kommt nach unten so das heißt wir brauchen auf jeden fall treppen wundert mich ein bisschen dass wir noch nie an unserer eigenen lava hier gestorben sind glaube ich zumindest kann mich nicht daran erinnern also da war denn für eine ausbeute acht stück von dem verroteten fleisch so 16 jetzt gehen wir hier mal hin stimmt muss ich ja von unten machen erst mal der gang bleibt ja wahrscheinlich bestehen hier jetzt gehen wir mal hin zum Beispiel hier 1, 2, 3, 4, 5. Gegenüberliegend geht es auch. Gut. Shit, das müssen wir noch irgendwie bearbeiten hier. Das hatte ich noch nicht so wirklich bedacht. Scheiße. So. 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 So.